Hyuk ist der Dach. Ja, jeder kennt diese Energy Sucker, diese unfassbar negativen Menschen, die jeden Morgen mit dem falschen Bein aufstehen und ja, ich glaube nie das Positive im Leben sehen können. Und eigentlich richten wir uns genau an diese Menschen und wollen ihnen einfach nur sagen, genieß das Leben, lehn dich einmal zurück, entspann dich, denn es ist alles gar nicht so schlimm, wie du denkst. Wir haben einen geilen Gast bei dem Song, der Moment Mensch überhaupt. Ihr werdet es hören, Henning Krautmacher und deswegen macht es einfach Spaß zu spielen. Genau. Und zwar macht es genauso viel Spaß zu spielen, wie Marmor-Steine-Eisen.